Kevin Dellenbach, 4-2 gewonnen. Hättet ihr das vor dem Match gedacht? Ja, wir sind momentan sehr gut in Form, denke ich. Wir haben zuletzt zwei Spiele gewonnen. Wir sind völlig motiviert hierher gekommen. Wir waren überzeugt, dass wir das Derby gewinnen können. Ziemlich eine kampfbetonte Intensiv-Partie mit vielen Jacks. War der Derby-Charakter? Ist das etwas Spezielles gegen Bern zu spielen? Ja, sicher. Das ist ganz klar. Da sind wir immer darauf vorbereitet. Es ist ganz klar, dass gegen Bern körperbetont gespielt wird. Und klar ist es etwas Spezielles. Man kennt viele von den anderen Spieler. Darum ist es umso schöner, dass wir das Spiel hier gewinnen können. Danke, Kevin Dellenbach, für das Interview. Danke. Danke.